Jo, und willkommen zu einer Folge Alter, lach doch nicht hier im Hintergrund Dabei sind die Pixeln Ich war auf das Jo nicht vorbereitet Gangster, Panna, ich und alle anderen Servus Es gibt ganz viele neue tolle Sachen Die anderen haben es schon ausprobiert Hallo Gangster, Gangster ist bei mir Mach Schubus bei mir Fabi sehe ich aus der Ferne Ehrlich gesagt ein wenig Schiss Die Map ist geil Wie heißt die Minecraft Redux Ja, Minecraft Redux Knight Stimme wechsel jetzt wieder Alles klar, jetzt kann es losgehen Wer ist hier, wer ist hier, wer ist hier Fabian schießt Fabian, wer hat geschossen? Fabian hat geschossen? Ich habe nicht geschossen Ich habe nicht geschossen Es wurde jetzt tot oder nicht? Nee Ja, runter Dämon, Dämon Ray, hilf mir Ich hab bloß gesehen, dass Ray so plötzlich geflüchtet ist vom Schiff Typisch für ihn Was waren die denn als letztes? Da flüchtet immer Also Punt ist definitiv tot War doch gar nicht auf dem Schiff Ich habe dich bloß ranterspringen sehen Ja logisch, weil da niemand auf dem Schiff war Soll ich da draufbleiben oder was? Hm Macht ja auch null Sinn Junior Adi Wir sind alle noch zu nah beieinander, ey Das gefällt mir nicht So Mann Hier wird da meine Bull rausgeholt Alter Wer lebt noch? Wo ist der Fabi hin eigentlich? Ich bin hier Wieso hat der Bunte deinen Namen gesagt? Wenn du, äh Ich würde da sprach ich nicht auf Wenn er sich freut Scheiße Glaub ich nicht Dämon Loll Der lebt doch noch irgendwo Wo ist denn seine Leiche bitte? Ja die habe ich auch noch nicht gefunden Äh Junior ist ja ganz ehrlich Junior ist ja tot Der wurde hier beim TNT gemacht Ja und da war Ray Oh Jemand wurde weggesniped Ray wurde weggesniped vom Turm Vom Turm? Vom Turm Ach von welchem? Aufm Turm liegt auch ne Waffe Äh äh aufm Aufm Leuchtturm liegt auch ne Unidentifizierte Leiche Aufm Leuchtturm Wer war das? Was macht ihr denn da drinnen? Was passiert hier? Was passiert hier? Das nutzt nur ein einziger Das ist Maschu Wo? Ah das Maschu Ja Maschu Miss Scheiße Bist du HD HD? Fuck off Das sag ich dir nicht Du bist wahrscheinlich standart Ich glaub du noch mal Trader Maschu müsste in den blauen Haus wo früher der Trader-Tester drinne war Trägt mich am Arsch Ist er nicht Doch ist er Komm da raus du Absolut gelogen Ah der Gangster du bist cool gell? Jaja Er hat mich doch versucht zu killen Alter ich komm diese scheiß Hügel nicht hoch gell Ich bin doch zu dumm Warte mal ich hab jemanden gekillt Ups Kommt hier war das kein falsch Oh Pfff Pfff Tuttbeleidpader Tuttbeleidpader Was? Alter Benutte Oh alter wer ist da drin? Oh sorry sorry da ist Maschu drin Geh weg Da ist ein Maschu drin Alter 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 Ich schieß auf ihn Wo bist du? Bin oben Hehehehe Hehehe Scheiße Geh da rein und kill ihn los Alter wo bist du? Fuck Ich hab geflickt ich könnte dich killen Fabi du bist heute voll Idiot Alter Hadee willst du mich verarschen? Was? Du bist heute Dämpf Was war denn? Hadee Ja? Wieso machst du mich einfach weg? Ich hab mich Ich hab mich erschreckt Wie war das? Sag mal Leute Ich hab mich noch sagen rein wenn ich gekillt werde Ich hab auch vorher noch zu dir gesagt hab alles in Ordnung aus Weil du genau bei mir warst da oben Alter ich hab mich nicht gesehen Alter du Hure Und dann machst du mich einfach weg Sorry Jungs ich ruf Fabian schießt Und dann bin ich still Und huuuh Hat er weggemacht Das ist doch gar nichts mehr Wir sind keinen Menschen Ja die Menschen das Dezemberieren können Weißt du Aber das war doch noch nie anders Oh Fabi das war aber Das war aber scheiße von dir Das war aber Die bei mir zuschauen mich kurz entschuldigen Für den Wechsel bei der Ansicht In 720p Und jetzt wieder zurück Da hat irgendwie Fraps grad gespunden Jetzt ist es wieder 1080 Anweilig O-M-Double-G Boah eigentlich müsste ich mich rächen für die Aktion gerade Alter Ich hab mich so erschrocken weiß ich dreh mich hin Alter Alter Ich labere auch noch mit dir da oben Ich kenn die ganzen Waffen nicht Ich krieg nur die M16 Die hier kriegt F**ing Railgun Mann Kann die was aber Kann die was Nee kann nix Fabian Simon Simon Mushrooms Fabi Äh wieso 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 blutig Wieso bist du verwundet Wieso Wieso hast du die Double Barrel Fabi Achso ja dann äh Leute geht mal auf die Knie würd ich mal sagen Ja aber Fabi warum liegt hier überall Stroh rum Ich hab keine Ahnung Disco Uh Disco Juhu ich fahr mit meinem kleinen Boot weg Warte und Da liegt ne Leiche Achso das war keine Disco Achso Das war ein Smoke Da liegt ne Leiche ne Wer ist tot? Wer ist tot? Bist ein Pader Oh Alex ich hab das Wirklich Pader War so still Im Bunde gewesen Wo ist er denn? Direkt vor der Haustür Arnold kam von da rein Ich war die ganze Zeit bei dir Nein aber wir wissen nicht wie lange geplant tot bist du Du bist von unten hochgekommen Nein ich bin nicht von unten gekommen Also Fabian Also Fabian hat Fabian nicht Ich war alle Hey der liegt ne Ding Da liegt ne 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 Seine wahrscheinlich Der liegt ne Ding Oder? Alles rum alter Der Bund hat grad die Seinen da genug Irgendjemand ist schon auf dem Schiffstour Ich bin das Oh ok Oh Oh jemand schießt auf mich hier oben Ne 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 War ich Ja das war ich aber ich wollte nicht auf die Füße Ray bist du irgendwie ein bisschen heißer? Was war das? Ich bin krank du Depp Ich glaub Fabian hat sich grad selbst getötet Das sollte man euch wissen Ja Wo ist er? Ist er runter geflogen? Ja ich nehm seine Double Barrel man Mach das Werde gegönnt Wer lebt denn noch alles her? Ähm Junior? Ja ich lebe noch HD war doch noch grad eben da irgendwo Ja HD HD bist du noch da? HD HD war auf dem Schiff und ist gestorben War das schon da geflogen oder was? Auf mich glaub ich wird geschossen Ja das kann gut sein Simon Was ist? Ja ich Ich Simon Simon ist ganz gestorben Vom Turm aus Ne vom Turm bin ich Da bist du's Nein warum soll ich das sein Nein Hey Die Junior du kleine Bitch Alter aber was hab ich denn jetzt getan? Ich bin jetzt hochgekommen Keine Munition Du musst Du musst Du musst nachladen Ja Zwei Schuss Achso Du musst Manuel nachladen Ich dubbel Barrel man So gut Oh man Ich bin leider gestorben Direkt am Anfang weggemacht wurde ey Von dem scheiß Junior Du warst da die Dass du mitspielen darfst Du bist der Erste Ja Ups Aber Ray Ne die scheiß Raygun Aber originally? Woher soll ich denn das wissen Dass du krank bist? Hört man Er hat ja sein können Dass du einfach ne Heiser bist Ja weil ich gerade zur allgemeinbildung Ja weil ich gerade zur allgemeinbildung Oder wie Mhm Du bist gerade zur allgemeinbildung Gibt mir vor was? Oh gab's schon immer Kann die Raygun Ich schieße mal mit der Raygun Ich will nur sowas die kann Alter was ist sie los? Alter was ist sie los? Also Das war ja die Raygun 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 Ja macht die Schaden überhaupt Null Wenig Nicht? Ja Also ist ne Scout besser Ja Also auf dem Meta habe ich ihm ungefähr Buntes bei mir Unter der Hälfte Ich wollte nur gucken Äh unter dem viertesten gezogen Ich find Junior verdächtig Der ist die ganze Zeit mit dann Verdächtige bunter Er verfolgt sich Er verfolgt sich Ah mit Magnetstick Bist du die ganze Zeit rumgerannt Hallo Oh Alter was war das? Hä? Kommen wir nicht zu nah Mag die Waffen nicht Äh wer ist jetzt ist jemand gestorben? Fabian? Fabian oder? Weil der ganze wow geschrien hat Das klang nach Disco Ist er wieder Ist er wieder runter gefallen? Ich verfolge Nach der Disco Alter Wo du kannst Ich komm hier nicht durch Ach das ist nicht gut Die Huge hast du drin gelassen oder was? Die Huge Die kannst du halt nicht raus machen Wer lebt denn noch alles? Keiner will antworten Ja ich lebe noch Ich auch Okay Bei mir ist Mushroom Oh Gott! Bei mir ist Mushroom Hey Junior Alter Was ist das für ne Waffe? Äh ne Aris Warte 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 Ne Aris 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 Der Kriegsgott Nicht unterfallen du Er legt ne Leichen übrigens Okay Jemand hat's doch rissen? Ja das ist die einzige geprovede bis jetzt Hey 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 Ray ist bei mir? Jaja Hier ist eine da drüben war noch eine Gangster Wolle ich da drüben bei dem roten Dings ist Äh Teil hier Ich geh mal ins Haus rein Jo Da ist Junior Da liegt noch mal einer Wo? Beim Junior Ja das ist A und HD gewesen Ich bin grad erst hergekommen Und da kommt der Mushroom wieder mal Wo ist der? Schau mal einer noch ins Haus ob da noch einer drin ist Du warst doch grad drin hast gesagt Da ist einer drin Aua Das war doch Das war ja klar Das war doch so klar dass er eine Falle reingemacht hat Der Simon hat grad ausgesprochen gehabt Das war wirklich auf den Punkt Das hat er mich verschossen Das war perfekt Dass ich nicht im Satz weg war 3 Mmmm Wo seid ihr denn? немножко hatte ich schon wie eine Batterien übers wasser Wer ist er? Ich bin oben auf dem Job, Jungs Ich hab mir grad ne Waffe genommen Ich war grad oben angekommen Raze auch bei mir Aua! Er ist es! Was schießt? Wo schießt er jetzt? Wo was? Wie? Arnold Da ist jemand gestorben Ihr war grad noch Fabian? Ja ich hab ihn Er ist ein Trailer gewesen, ich hab ihn Gut Ist das einer von euch beiden hier? Ray oder Dings? Wer ist denn im Haus drin? Simon, auf dem Schiff ist noch jemand Ich bin auf dem Schiff Ich hab die Leiche von ihm, dass ihm niemand wiederbelebt Irgendjemand ist ins blaue Haus gerade reingegangen Ich bin im Haus Keiner kommt hier unten Keiner kommt hier oben runter, ich sag's auch Junior, was machst du hier unten? Ich hab einfach nur grad ne Waffe Moment, das ist gut Der hat grad geschwurt, grad geschossen Fuck! Und jemand getötet Moment, was machst du hier unten alleine? Ich will nicht runterfallen Ja, ich will nicht runterfallen Geh nochmal runter Der Bund ist bei mir oben Der macht vier Scherer rein Ich glaub Junior ist oder wurde grad getötet Einzelne Ja, von mir wurde er getötet aus Versehen Aus Versehen? Der hat sich auffällig verhalten Ja, ich würd sagen Pardash Kill on Zeit, oder? Ja, würd ich jetzt auch mal sagen Pardash Kill on Zeit Ich hab eh nur noch 1 AP, also macht mich ruhig weg Von daher Ich hab eben scheiße was nicht Ja gut, aber es war ja möglich, ganz ehrlich Ich bin ja proven, sorry Pardash Da unten ist noch einer Da unten ist noch einer Und du bist auf dem Turm? Ich bin oben Wer lebt noch? Ich lebe noch Ja ne, dann ist Simon Dann ist Simon Ne, dann musst du sein, Ray Weil der Simon war vorhin bei mir, als jemand gekillt wurde Ja, richtig Ja, na und? Doch, also Ich bin aber Inno, du Depp Ich glaub, er arbeitet in Simon mehr als dir, muss ich sagen Ja, aber ich hab gar nichts gemacht in der Runde, also kann ich gar nicht Ich weiß nicht, das sagst du jetzt halt, klar, du kannst alles sagen Ja, klar kann ich alles sagen, aber ich bin krank Was, dann die Wahrheit ist was anderes Daher bin ich unschuldig Gut, dann killt euch beide Ja, wo ist er denn? Ja, komm raus Na, du sniperst mich doch jetzt weg Und dann machst du den Fabian noch weg Das Ding, der macht ja gerade eine AWP, ich hab ihn gerade weggeholten, der Ray Weil ich glaub, er hat eine AWP in der Hand gehabt, aber ich weiß nicht Okay Aber anscheinend, ich bin nicht vorbei, das heißt, du bist du Dann lag ich wohl doch falsch, der Ray wird mich gleich auseinander nehmen, aber Komm her, Bunde Tja Ich hab einmal einen Trailer gekillt und dann nur Innocence irgendwie Das war jetzt doch nicht so geil Tja Okay Okay Ich denk mal, wer sind die letzten beiden, ne? Bunde Möglich Ja Möglich Und, ja Und du sagst, du warst bis jetzt der bessere Trailer als ich Naja Ja Am Anfang jetzt gut angefangen hab ich ein paar Mates getötet Und das tut mir auch leid Das sah echt aus wie eine AWP gerade eben, aber anscheinend gibt es eine Waffe, die jetzt ja genauso aussieht Ja, die UL-Gun sieht doch genauso aus Ich würde sagen, wir machen uns gleich weg Oh, nein Nein Oh 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 Spring, 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 lauf, brein! Ah, ah, ah! Spring, spring! Spring! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ich hab' mir gehört, du bleibst im Krähen-Nest. Nee? Nee, anscheinend nicht. Nein. Ja? Vielleicht. Oh, fuck. Ich darf es nicht verlieren, ey, sonst hassen mich alle. Hassen sich doch sowieso schon. Ja, wahrscheinlich. Ja, anscheinend. Oh, schleckt's. Oh, ich häng' fest. Ja, sch***. Alter, was macht das denn? Fabi, du, Fabi, dir haben sie echt ins Hirn geschissen, oh, scheiß. Also, wenn man nicht mal mehr eine Ski-Haut von der AWP und der Scheiter hat. Nee, das war Marschroom. Also, du brauchst deine Schiefkürze gerade, wollte er da haben, weil... Sorry, Father, sorry, Ray. Marschroom, weißt du, ich bin am Hochklettern. Nehm' ne Scout auf. Der hat einen Man-Lounger. Ja, bei mir, und mir sagte Fabi, ich hab' ne AWP, ja, und hab'n' Scout. Ich hab' aber keine... Ich hab' extra gefeuert. Ciao, tschau. Ciao, tschau. Oh, und... Und nach...